Der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden. Das berichteten mehrere französische Medien. Demnach wird der 94-Jährige aufgrund von Atemproblemen in der Klinik Georges Pompidou behandelt. Der liberale Zentrumspolitiker regierte von 1974 bis 1981 im Elysee-Palast. Giscard d'Estaing war im Mai wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung einer deutschen Reporterin in die Schlagzeilen geraten. Er wies den Vorwurf zurück.